Yo Leute, was geht's? Es ist los, wir haben einen Start mit einem neuen Video und wir haben heute ein neues Projekt, was ich starte auf meinem zweiten Account, mit dem ich gerade Platin 3 bin. Wir spielen jetzt jeden Agent von links nach rechts, also zwischen A bis Z, das hat immer No Way For You gespielt, wer ihn kennt, in League of Legends. Wir fangen mit ganz links an, wenn der Champ insta-geloggt wird, gehe ich immer einen Champ weiter nach rechts, egal welchen Map wir spielen, egal mit wem wir spielen, egal welcher Champ gepickt wird, ich muss diesen Champ nehmen. Egal wie sehr ich mein Team flamed, egal was passiert. Ich bin sehr gespannt, wie lange wir brauchen werden, bis wir einmal komplett durch sind und dann wünsche ich euch viel Spaß. Ich hoffe, wir müssen mit Astra sogar anfangen, ich hoffe halt nicht, dass jetzt direkt Eisbox oder so kommt. Ja, das wird das okay. Digga, wir spielen gegen Platz 13.000 und ich bin Platin 3 auf dem Account. Was ist hier los? Waka Jaro, Waka Jaro, Konja Jaro, oh. Also, Astra ist ja so ein Scheiß, also Digi, das hätten sie wenigstens ein bisschen anders machen können, dass du wenigstens danach irgendwie 400 hast, dass du wenigstens ein Schild holen kannst. Oder ich hole drei Stars und hole mir eine Ghost. Okay, let's go on site first. I can smoke for you. Follow me. Oh, I'm not free. Nice. Go to site. Who said that? We couldn't, there were smallies. Hey, da bin ich ja da mit meinem Aim. Can we destroy the wall? Maybe knife it. I'm watching it. Ja. Ja. Knife it. Close, close. Boah, Digga, ich fühl's doch grad. Wieso, wieso fühl ich's denn grad so, Digga? Das ist das Format, der Formate, Digga. I can ult, by the way. Wait, I'm trying to destroy it. Oh, oh boy, oh boy, oh boy, in low 3. Holy shit, he has master with that shit. Yup. Yep. Nice, bro. 1,20 Tell me when you want to go You want to go? One more Nice I am the Bagger Oh man ich habe ihn für dich ich glaube er fuhr, ja ich habe ihn, ich buffe dich, buffe dich kann ich deinen Sheriff haben? 80 keine Ahnung Ein dicke Puppet, egal. Der nächste Sessions Breach. Wenn wir das aber verlieren, dann müssen wir weiter Astro spielen. Ich hab hier wieder mal das Bimberle Team erwischt, ne? Bimberle, 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 Bimberle. Wir sollten wieder B gehen, Leute. Plan für Main. Das letzte Mal. Nice. Nice race, gute Runde. Let's not step in the beginning. Ja, don't step, don't step, don't step. Go in contact. I'm just waiting with my ult. No. Maybe behind us. Oh my, Baki. 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 Nice. Nice. The wall is fucked. Nice. Heaven. Perfect. Oh, Junge, heute geht aber anders rein. Wee, wee. Alarm, Alarm, Alarm. Like you also got ult, I can smoke for you. Like you have to tell me what you want to do guys, I'm supporter. I'm behind! I'm watching this. Yeah, I'm not good. He's resting. No. Good reflick. Nice. They still got killed by the way, guys. Of course. I can play mid with you, Jett. Eh, Sage. Eh, what? What did you say? I play with you mid. Say it, say. You sure? Yeah, nothing B. Jett has 1 HP. We're going. Nice. Okay. Onside. Just don't solo pick, guys. Both sides. Rainer's over healed. Maybe main. Nice, guys. Are they already side? Hit, hit, hit. On top. Spike. It's a hot tip. It was yours. Wraith, can you wait and I will suck them in here? And then you throw your nade? When I tell you. No, 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 throw it, throw it. It was too short, the nade. I don't. I will do it. I will pick it. I will get it. transformation, no. I will go to the leg. Just hit me. Open. Open. Open, open. 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 I will do the same thing as they go. Nein, ich bin da. Haben? Haben? Haben a lot, haben a lot. I have to fall back. Das Backset, das Backset, Backset. Sehr, sehr schade. Okay, erstes Game, erste Niederlage. Mal schauen, wie wir auf der Astrasch bleiben müssen. Sehr, sehr schade. Aber trotzdem ein gutes Match von uns. Gute Bomben ausgeteilt, aber... richtiges Schwanz hier bekommen.